Auto steht, dann nehmen wir das Auto und kommen weg. Echt? Nicht Knallenader? Ne, ne, wenn wir zum Fiesen sind, dann verschafft man das nicht. Ja, hier ist ein Auto, komm. Warten wir hin? Wollen wir auf die Militärense fahren? Ja. Ja. Die oberen Richtung. Wenn wir hier mit der Straße laufen, wir fahren den Ebenen. Also da vorne läuft, da vorne läuft, aber. Aber holst den oben. Oh, noch runter. Nein! Nein! Es geht? Ja, ja, klar. Nein, ob du den Ebenen so richtig dreckig umgefahren hast. Wieso? Das machen wir genauso, Alter. Was machst du denn da? Übermeider. Ja, ich komme hin, du. Wer hast du denn schon wieder gemacht? Bester Spaß hier, oder? Ich hab einem weggefallen, Alter. Oh, fährt er. Oh, vor uns! Hallo! Tschüss! Ha! Tschüss! Da vorne ist der Hammer! Komm! Komm! Ich zieh dich! Aaaaaaah! Ich hab schon wieder ein Gehütze. Guck mal, der Backbohr zum Motor! Guck mal, hinten im Motor! Guck mal, hinten im Motor! 1... Die gleiche Backbohr zum Motor! WTF? WTF? Guck dir da, da? WTF? 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 WTF?